Musik Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an, wenn Sie sich in Heathrow, in London oder sonst wo, Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie sich Frankfurt ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Herr Heidensdorf, Sie haben den Mund, Sie trotteln. Applaus Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Ich sehe Sie schon seit längerer Zeit. Wenn Sie kein Hirn haben, dann halten Sie das Maul wenigstens. Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Französ-Strauß. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst. Weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen. Wer aber anderer Meinung ist, der soll CDU und CSU wählen und der weiß auch, warum er uns wählt. Der weiß, wofür wir stehen und dass wir das sagen, was wir denken. Dass wir das tun, was wir sagen. Und dass man auf uns sich verlassen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017